Hallo Freunde! Heute werde ich ein paar Sachen in die Mauserfalle schmeißen, um euch zu beeindrucken. Los geht's! Das Studio ist aufgebaut. Die Kameras sind bereit. Heute werde ich verschiedene Sachen in die Mauserfalle werfen. Dabei sind eine Muschel, ein Getränkestoppel, ein Filzstift und ein Gelmalstift. Fangen wir mit den Getränkestoppel an. Oh nein, das war daneben. Wow, das war ja genial. Das könnte ich mir stundenlang anziehen. Habt ihr gesehen, wie die Mauserfalle in die Luft gesprungen ist? Der Stoppel ist auch nicht kaputt geworden. Aber gehen wir lieber weiter zum Gelmalstift. Ich denke, das wird eine riesige Sauerei geben. Zuerst muss ich den Stift rausdrehen. Und jetzt geht es los. Habt ihr das gesehen? Im Video hat man das nicht so gut erkannt. Aber diese Farbe ist weggesprungen. Richtig weit sogar. Das hat ja Spaß gemacht. Aber schafft die Mauserfalle auch einen Filzstift kaputt zu machen? Die Mauserfalle ist bereit und ich bin es auch. Geben wir den Filzstift rein. Wow, wie genial. Das war ein Volltreffer. Der Filzstift ist zwar jetzt lila von der vorherigen Farbe. Und er ist nicht zerbrochen. Aber es hat cool ausgesehen, oder? Und nun zum letzten freiwilligen Teilnehmer. Der Muschel. Tja, das Video endet auch nun. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ich noch einen vierten Teil machen sollte, drückt einen Daumen nach oben. und abonniert das Filzstift kostenlos, um kein Video mehr zu verpassen. Tschüss und bis zum nächsten Video.